Guten Morgen, liebes Licht! Herzlich Willkommen zu deiner Morgenmeditation. Ich bin Leslie Laila Zaug und begleite dich heute bei deinem lichtvollen Start in einen erfüllten Tag. Schließe nun deine Augen und atme ruhig weiter. Mit jedem Atemzug strömt das goldene Licht der Morgensonne in deinen Körper und erfüllt ihn. Jede Zelle wird davon erleuchtet und gestärkt für den Tag. Falls du an einer Stelle deines Körpers eine Anspannung wahrnimmst, dann lenke das heilsame Sonnenlicht jetzt bewusst dorthin, damit sie sich lösen kann. Jetzt darfst du deine Aufmerksamkeit auf deine Körpermitte richten. Von dort aus fließt ein gelbes Licht zu deinem Herzen. Dann fließt blaues Licht von deinem Kopf zu deinem Herzen. Körper und Verstand vereinen sich in deinem Herz. Dein Herz antwortet mit grünem Licht, das in deinen Körper und deinen Verstand fließt. Körper, Herz und Verstand sind eins. Ein Team Eine Einheit Dieses Team trägt heute deine Entscheidungen gemeinsam. In dir ist Frieden und um dich herum. Jetzt darfst du deine Intention für den heutigen Tag festlegen. Wie wäre es mit einem kurzen Gebet? Danke, dass ich auf meinem Seelenweg geführt werde, zum höchsten Wohl aller. Danke, dass ich meinen Weg mit Freude gesund, zufrieden und erfüllt beschreiten darf. Nimm dir nun noch einen Moment in der Stille für dich. Danke, dass ich seinen Herrn verratife. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020